ja hallo willkommen beim kanal vater und sohn league of legends aus bronze heute meine zweite folge aus der serie best farm nach zehn minuten also farm rekord nach zehn minuten letztes mal hatte ich ja mit akali in der ersten folge 78 erreicht für mich eine grandiose leistung schauen wir mal heute habe ich mir gedacht ich probiere mal den kleinen tatus wie es damit so läuft ich lasse mich echt überraschen und bin mal gespannt und wir kaufen uns natürlich nur zeugs was uns beim farm helfen kann und das sind jetzt nun mal ein bisschen fähigkeitsstärke und zudem dann auch noch mana tränke zwei stück ich weiß jetzt nicht wie das mit kathos diesmal läuft mit kathos kann man ja sehr gut farm eigentlich aber ich weiß nicht ob ich irgendwann mal wieder zurück porten muss mein manner aufzuladen ob ich das in den griff bekommen ich lasse mich einfach überraschen den vorteil hatte ja akali dass dort nie manner probleme vorhanden sind und ich in den zehn minuten nicht ein einziges mal in die base zurück porten musste natürlich spiele ich gegen bots um diesen test zu machen im richtigen spiel können wir irgendwann auch mal testen vielleicht auch mal als serie auflegen aber schauen wir mal jetzt warten wir mal was passiert in meinem ersten spiel habe ich damals bei der ersten wave alle minions getroffen und dann danach ein bisschen abgelost und geschwächelt und auch sehr viele verpasst ich denke 100 sollte auch durchaus möglichkeit sein nach zehn minuten wenn man wirklich gut im farm ist die ersten haben wir schon mal erwähnt und jacks haben wir gegen uns ich weiß nicht was uns das jetzt bringt letztendlich ich muss natürlich aufpassen bei kathos dass ich nicht zu sehr mit meiner vielfältigkeit habe aber wahrscheinlich geht es mir gar nicht anders möglich sein wenn ich nicht so ein guter farmer bin jetzt habe ich kurz auch einen bildhänger gerade der mich auch beim farm beeinträchtigt habe wenn ich gewundert habe dass ich nichts gemacht habe es geht ja los drei minuten erst zehn farm ich glaube ich stehe nach kathos rekord werde ich mit kathos nicht brechen aber schon machen wir einfach mal ein bisschen schaden auf einem sechs dass es ihm nervt dass er abhaut dann versuchen wir noch unser q ein bisschen hoch zu skillen das verbraucht am wenigsten mana und macht dann doch noch guten schaden wenn man die einzelnen minions immer erwischt alles vergeht alles vergeht das geht natürlich mit mana ein bisschen low aber das kriegen wir schon wieder hin Ich habe für den Notfall auch noch Mana-Tränke, zwei Stück, dass wir die 10 Minuten zumindest überstehen können, ohne dass wir in die Waze müssen. Ach, das war mir jetzt ja so richtig schlecht. Pass auf. Aber ich vergessen habe, diesmal ist mein Smite. Den hätte ich mir eigentlich nehmen sollen. Den haben wir aber auch verpasst. 27 nach 5 Minuten. Naja. Ignorieren nun jetzt mal völlig. Jetzt kommen gerade keine Minions, jetzt könnte ich ja eigentlich mal ganz schnell in die Base gehen. Versuchen wir mal. Ich habe ja meinen Teleport. Ja, jetzt werden wir voll auf Träne. Noch was für Fähigkeitsstärke nehmen wir da nicht. Dann werden wir den Rest in Mana-Tränke, die brauchen wir jetzt. Zack, jetzt muss ich aber schnell machen. Und zurück. Nehmen wir den noch. Nein. Das kriegen wir schon mit der Zeit wieder. 40 nach 6 Minuten 13. Jetzt sollte ich den Jax einfach mal töten, dass er nicht so nervt. Oh, scheiße. Das ist alles, was ich dir sicher nerven. Neh, nein. Neh, nein. Fracht. Aber er ist erst mal weg. das ist der nerven der Bot haben uns sicher nerven die haben wir auch alle gekriegt ah, das haben wir auf einen Streich, das war schön 48 nach 7 Minuten ja, bis lediglich der Opizont holen wir mal 78 wird hart ich glaub hier reiche ich nicht Schmerz ist der Boden der Befreiung ja, wir müssen doch wieder ein bisschen Schaden an ihm machen, damit er uns in Ruhe ist das war jetzt ganz schlecht 55 nach 8 Minuten Nein, das schaffen wir glaub ich nicht ja das ist lediglich der Kokon 60 nach 8 40 ja das wird ja das ist die 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 69 nach 9,44, jetzt kommt blöderweise keine Wave. Jetzt müssen wir noch einmal volle Pollereien, mal gucken, jetzt tötet er uns auch noch. 10 Minuten, 71 hat leider nicht geklappt, der Rekord bleibt bei 78, ja, das war wieder eine neue Folge, aber nichtsdestotrotz, ich habe es probiert, die 78 hätte man bestimmt überbieten können, war ich einfach zu schlecht, aber 71 mit Katos, schade. Bis zum nächsten Mal, tschüss und danke fürs Zuschauen.